Hallo, Ernst Wolf hier. Jahrzehntelang waren sich fast alle Politiker der Welt einig. Nie wieder Krieg hieß es vor allem mit Hinweis auf die Schrecken der beiden Weltkriege. Als das Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion im Rahmen des Kalten Krieges außer Kontrolle zu geraten drohte, trat man in den 1960er Jahren auf die Bremse und setzte auf Rüstungskontrolle, auf Abrüstung und auf friedliche Koexistenz. Das alles ist heute Schnee von gestern. In unseren Tagen überschlagen sich Politiker geradezu, wenn es darum geht, das Thema Krieg wieder salonfähig zu machen. Wir müssen kriegstüchtig werden, heißt es, oder wer Frieden will, muss sich auf Krieg vorbereiten. Selbst die Herstellung von Atomwaffen und sogar nukleare Präventivschläge werden mittlerweile propagiert. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass selbst Politiker, die früher den Wehrdienst verweigert, an Friedensmärschen teilgenommen und die noch im letzten Wahlkampf die Lieferung von Waffen in Krisengebiete abgelehnt haben, sich heute gegenseitig hysterisch überbieten, wenn es darum geht, uns in den nächsten Krieg zu treiben? Die Antwort liegt in den Machtverhältnissen, unter denen wir leben. In den vergangenen Jahrzehnten ist ein Kartell entstanden, das mächtiger ist als alles, was die Welt bisher gesehen hat und das die Politik und zwar weltweit fest im Griff hat. Es handelt sich dabei um die IT-Giganten des Silicon Valley und die hinter ihnen stehenden Vermögensverwalter der Wall Street mit BlackRock und Vanguard an der Spitze. Im Rahmen der hinter uns liegenden Gesundheitskrise hat dieses Kartell seine Macht zum ersten Mal voll und ganz ausgespielt und sämtliche Parlamente der Welt gezwungen, sich seiner Agenda vollständig zu unterwerfen. Das gleiche gilt für den Kampf gegen den Klimawandel und aktuell spielt in dieser Agenda der Krieg die wichtigste Rolle. Dafür gibt es mehrere Gründe. Historisch gesehen ist Krieg in schwierigen Zeiten schon immer ein grandioser Wirtschaftstreiber gewesen und das ist in unseren Tagen nicht anders als früher. Krieg spült riesige Profite in die Kassen der Rüstungsindustrie und ist dabei der perfekte Organisator einer Umverteilung von unten nach oben. Das Volk zahlt Steuern und die Regierung leitet diese Steuern in die Kassen der Rüstungskonzerne und hinter denen stehen in unseren Tagen die IT-Konzerne und die großen Vermögensverwalter. Krieg hilft aber auch, herrschende Regimes in Krisenzeiten zu festigen. Ein äußerer Feind macht es für Regierungen einfacher, das Volk an sich zu binden und hinter sich zu scharen. Zudem hilft der Kriegszustand, dem Volk autoritäre Maßnahmen als zur Verteidigung des eigenen Landes notwendig zu präsentieren und den Menschen so die Sicht auf die wahren Profiteure in den eigenen Grenzen zu vernebeln. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Schrecken des Krieges das Volk zermürben und ihm die Kraft nehmen, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen, die Herrschaft der Wenigen über die Masse also erleichtern. Es gibt zurzeit aber auch noch weitere Gründe, warum wir einen solchen Aufschwung der Kriegstreiberei erleben. Zum einen befinden wir uns mitten in der vierten Industriellen Revolution und erleben zurzeit einen wahren Wettlauf im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und für deren Entwicklung liefert Krieg den idealen Nährboden. Das lässt sich sehr gut am Beispiel der Ukraine verdeutlichen. Alle großen IT-Konzerne der Welt sind inzwischen vor Ort und nutzen den dortigen Ausnahmezustand für ihre Zwecke. Im Ukraine-Krieg gibt es keinen Schutz der Privatsphäre, keinen Datenschutz, dort werden die Menschenrechte missachtet und es herrscht ein mehr oder weniger gesetzesloser Zustand, der den Entwicklern Freiräume gibt, die unter friedlichen Umständen undenkbar wären. Kein Wunder also, dass es kein anderes Land auf der Erde gibt, in dem in den vergangenen zwei Jahren im Bereich der Digitalisierung, der biometrischen Erfassung per Gesichts- oder Bewegungserkennung, der Drohnen- und Satellitenüberwachung und der Auswertung von militärischen und zivilen Daten aller Art solch rasante Fortschritte gemacht wurden, wie in der Ukraine. Aber all das dient auch noch einem weiteren Zweck. Wir stehen weltweit vor der Einführung eines neuen Geldsystems, da unser altes System unwiderruflich zerbrochen und nicht mehr zu kitten ist. Das neue, auf CBDCs oder zu Deutsch auf digitalem Zentralbankgeld basierende System bringt aber erhebliche Probleme mit sich. Nicht nur, dass sich inzwischen herumspricht, dass es das Ende aller finanziellen Freiheit und auch aller Demokratie ist. Der erste große Test im afrikanischen Industrieland Nigeria ist vollends gescheitert. Die überwiegende Mehrheit der Menschen dort hat die eingeführte CBDC nicht freiwillig akzeptiert, sondern sogar mit heftiger Gegenwehr und sozialen Unruhen reagiert. Um das neue Geld erfolgreich einzuführen, muss man also den zu erwartenden Widerstand der Bevölkerung irgendwie unter Kontrolle bekommen. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der eine Lawine zusätzlicher Probleme auf uns zurollt. Zum einen eine Rezession, zum anderen eine Welle von Insolvenzen im Mittelstand und nicht zuletzt ein Tsunami von Massenentlassungen aufgrund des zunehmenden Einsatzes der künstlichen Intelligenz, der die Arbeitswelt völlig aus den Angeln heben wird. Was bedeutet das für diejenigen, die an den Hebeln der Macht sitzen? Ganz einfach. Sie müssen nach jedem Mittel greifen, um ihre Position zu verteidigen. Sie müssen die große Mehrheit wirtschaftlich und sozial unter Druck und darüber hinaus in Angst und Panik versetzen, um sie so gefügig zu machen. Und was liegt da wohl näher, als solche Politiker, die sich in der Vergangenheit als willfährige, steuerbare und zum Teil käufliche, aber auf jeden Fall gewissenlose Marionetten des Kartells bewährt haben, damit zu beauftragen, diese Agenda mittels hysterischer Kriegshetze voranzutreiben?